Jojo, hallo Leute, da bin ich wieder. Wir machen weiter mit der fünften Welt, der zweitletzten Welt, und zwar in der Ghostly Grove, in der Geistergrube. Das ist auch einer meiner Lieblingswelten. Ich mag die Atmosphäre total gerne. Und die Musik sowieso. Ich hab mal so einen Top Ten gemacht von meinen Lieblings Donkey Kong Country Liedern. Und da ist das auch dabei. Wirklich ganz großartiges Lied. Komisch. Ich glaube, da wär was. Ihr seht, das Thema an diesem Level sind Geisterseile. Das war sehr geschickt. Geisterseile, die wir rechtzeitig nutzen müssen, damit wir nicht in die Schluft fahren. Der Level ist eigentlich gut machbar. Ich hab zwar jetzt schon einen Spieler verloren, und ich sehe, wo das jetzt gerade hinführt. Da war wahrscheinlich auch ein Bonuslevel. Na toll. Oh, guck mal da unten. Seht ihr das? Da spitzelt doch die Donkey Kong Münze raus, aber jetzt gucke ich erstmal, ob da wirklich ein Bonuslevel ist. Ne, doch nicht. Okay. So, das bedeutet, wir müssen hier runterspringen. Zack. Gut versteckt, aber nicht gut genug. Ha, da war der Bonuslevel. Ich wusste, irgendwo muss man da ein Fass in die Wand reinhauen. Okay, ich verstehe. Zwei. Drei. Vier. Oh, oh. Fünf. Oh, fünfmal. Sicherheitshalber. Fresse. Das ist eigentlich komisch, ne? Meine Lieblingswerten sind wirklich von... Die letzten drei Welten sind meine Lieblingswerten. Wert vier, fünf und sechs. Das Spiel kommt ein bisschen schwer in die Gänge, finde ich. Ah, guck mal da, Bonuslevel. Besser mit Dixie, weil dann braucht man das zweite Seil nicht rechtzeitig zu erreichen. Okay, das war leicht. Das wäre toll, wenn wir jetzt mal nicht sterben. Und relativ schnell hier mit dem Level fertig werden. Boah, das war knapp. Hui. Ah. Haben wir es jetzt gleich geschafft. Oh, leck. Scheiße. Oh, geschafft. Und wir haben beide Bonuslevels. Okay, super. Oh Gott. Auch einer meiner Lieblingslevel. Aber es kann sein, dass wir da ein paar Mal drauf gehen. Das Spukhaus. Ihr wisst ja, ich in Achterbahn fahren, das ist irgendwie ein absolutes No-Go. Ihr seht, da läuft eine Zeit. Und Countdown. Und wenn er vorbei ist, dann frisst uns dieser Geisterdrache. Und mit den Plusfässern können wir uns mehr Zeit verschaffen. Da müssen wir hochspringen. Der ist total fies versteckt, der Bonuslevel. Nämlich auf einem anderen Bonuslevel drauf. Hoffen wir jetzt mal, dass wir nicht abkacken hier. Ah, wir müssen rückwärts fahren. Oh, lass es mich bitte schaffen. Ja, los, hopp. Oh, fuck. Boah, das fand ich jetzt schwer. Und jetzt geht's gleich in den Zweiten. Den schaffen wir hoffentlich sofort. Na, komm schon. Oh nein, Sterne sammeln. Bin ich total kacker. Ja. Oh, geschafft. Geil. Boah, das ist einfach super nervig, wenn ich einen Bonuslevel nicht schaffe. Oh, ich bin so angespannt. Okay, nächstes Mal. Jetzt kommen... Ah, ne, okay. Gut. Ich glaube, nur Plusfässer. Möglichst viel erwischen. Huh. Fuck. Oh nein, nicht gut. So, Hälfte. Jawohl. Und... Ah, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir, glaube ich, eine Minusfässer. Scheiße. Und zwar erwischt. Ey, ich bin so kacke. Scheiße. Schaffe ich jetzt bestimmt nicht mehr. Hä? Na. Na komm, Tür. Wo bist du? Tür? Oh, fuck. Vor der Tür. Das gibt's doch nicht. Oh, scheiße. Den Bonuslevel verpasst. Oh, Mann. Muss das jetzt sein? Na gut. Komm. Auf ein neues. Das ist aber aus dem Level. Da werde ich bestimmt ein paar mal versagen. Ja, jetzt läuft's natürlich wie geschmiert. Aber jetzt kommt wieder Bonuslevel. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier. Ja. Jawohl. Jawohl. Komm. Komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte sofort schaffen. Fuck! Ey, was war das? Ja, friss. Komm, lutsch mir die Eier. Stöcke. Ey, ich will sterben. Ich will sterben. Oh, Mann. Ja, Mann. Ah, ah. Oh, ey. Oh, oh, uh. Oh. 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 Boah, fuck. Ja, super! Wer kann da reagieren? Da kann doch kein normaler Mensch reagieren. Ah, ah. Stimmt, stimmt, stimmt. Fick dich ins Knie, fick dich ins Knie, fick dich ins Knie. Oh, Mann, er... Voll der Homo-First-Bonus-Level. Ah, ich merke schon, ich habe keine Frustrationstoleranz, ne? Hoffentlich gab es einen richtig schönen Splatter-Unfall unten auf dem Boden. Ist schon interessant, wie schnell eine Musik anfangen kann zu nerven, wie man anfangs gesungen hat. Ist das wie im James-Bond-Film, oder was? Ah! Oh. So. Oh nein, ich habe Angst. Ich möchte nicht diese scheiß Strecke fahren. Oh, ich glaube, ich bin gerade gekommen. Oh nein. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war der schwerste Bonus-Level bisher. Ja, super! Komm, bitte, bitte. Bitte nicht. Nein! Nein! Oh nein. Bin ich jetzt mein... Oh nein. Ich muss zum Speicherpunkt. Sonst muss ich den Bonus-Level noch mal machen. Oh. Oh. Boah, es ist nervig. Hatte ich schon vorgespurt? Ganz ehrliche Frage. Dürft ihr ehrlich antworten. Wahrscheinlich schon geskippt. Damit du diesen... ...nicht ertragen müsst. Ah! Ey, wer soll denn da drüber kommen? Ey, Leute. Kann es sein, dass ich total... Mir fanden keine Adjektive mehr an, die meine... ...meine Inkompetenz... ...unterstreißen? Zwei leben noch. Toll. Toll. Wenn ich jetzt sacke, dann... ...dann landet das Spiel auf dem Müll. Oh. Oh. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich geh in den Bonus-Level... ...und krepier da eine Weile... ...damit ich da oben nicht bei den Hornissen vorbei muss. Das war mir ein Vergnügen. Oh Gott. Warum bin ich denn so schlecht? Total unkonzentriert. Von... Ich kann wahrscheinlich nicht reden und spielen. Bin zu blöd dafür. Ja, schön. Ah! Ja, komm. Edge, bin aber durch. Edge. Trüppelfug. Fug, Fug, Trüppelfug. Da ist die Donkey Kong-Münze. Hier ist nix. So. Kein Bock.